Hallöchen meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ähm, ja und erstmal Hallöchen Megavelins Erzählenszuschauer. Ihr bekommt ja in letzter Zeit so unglaublich viel von mir zu hören. Ich weiß das. Ähm, ja. Ich dachte, wie ich das früher auch schon mal gemacht habe, werde ich jetzt nochmal irgendwie ein Spiel von mir vorstellen, was ich die letzten Tage entwickelt habe. Da kann ich echt sagen, das waren nur ein paar Tage. Ich hatte irgendwie nochmal Lust, ein bisschen was zu entwickeln. Und ich weiß auch nicht, ähm, ist irgendwie wieder auf dem Horrorgame hinausgelaufen. Das ist also jetzt mein drittes oder so, ich weiß auch nicht genau. Ähm, und das steht auf jeden Fall jetzt auch zum Download. Ich würde aber sagen, ich spiele erstmal eine Runde mit euch, damit ihr ungefähr wisst, worum es eigentlich geht. Ähm, ich hoffe, dass die Helligkeit gleich in Ordnung ist, weil das Problem ist, dass die Aufnahmen meistens viel dunkler werden, als das Spiel eigentlich ist. Ähm, ja. So, ich würde sagen, ich erkläre erstmal ganz kurz, worum es hier überhaupt geht. Das Spiel heißt 8 Teddys und es geht eigentlich um nichts anderes, als in einem dunklen Wald zu sein. und 8 Teddybären finden und sich nicht von irgendwelchen komischen Schreckensbiestern erwischen zu lassen. Also es ändert tatsächlich ein bisschen an Slender. Ist vom Aufbau her ein bisschen anders, aber das werdet ihr gleich selbst merken. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf Wald erkunden und, äh, reden dann weiter. So. Also findet die 8 verlorenen Teddybären. Und, ja, ich würde sagen, ähm, wir machen uns da jetzt einfach mal auf den Weg. Laufen hier ein bisschen rum. Ähm, und, ja, man kann schon sehen, das ist, ja, wie gesagt, ein, äh, recht vollgewachsener Wald. Ähm, und, ähm, ja, das Spiel ist, oder schwerpunktmäßig, so kann man das sagen, schwerpunktmäßig ist das Spiel auf die Sounds ausgelegt. Das heißt, man kann es schon gut sehen. Hier ist es echt sauschwer, ein Teddybär rauszufinden. Aber, wenn man jetzt ein gutes, oder man muss nicht mal ein gutes tragen, man muss einfach nur so ein Surround-Head zertragen, also, dass so diese 3D-Surround-System da hat, ähm, dann kann man einfach mal still sein. Ich bin jetzt mal gerade ganz still. Und hinhören, ob man irgendeine Musik hört. Denn diese Musik deutet an, dass ein Teddybär in der Nähe ist. Die Musik ist nämlich vom Teddybären. Also, die, der Teddybär ist die Soundquelle. Ähm, und so kann man sich recht gut orientieren. Ich höre gerade, wir kommen näher. Ja. Aha. Und, hier haben wir schon unseren ersten Teddy. Also, der sieht so aus. Und dann nimmt man den auf. Und dann muss man halt noch 7 weitere Teddys finden. Genau. Und, äh, ja. Das ist quasi der Sinn des Spiels. Jetzt ist das Ganze aber doch nicht so einfach, wie man denken könnte. Denn, man ist, wie gesagt, nicht allein. Um genau zu sein, laufen hier... Ja gut, der Wald ist natürlich auch begrenzt. Sonst wäre das Ganze ziemlich schwer. Hier laufen 4 blöde Kerle rum, die alles daran tun, einen zu erwischen. Und dann muss man zwischendurch einfach mal still sein und hinhören. Und gucken, ob man irgendwie einen von diesen Dingern hört. Weil das ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Ich laufe jetzt hier einfach mal weiter. Das ist... Also, ich muss ehrlich sagen, das ist wohl einer der schwersten Spiele, die man überhaupt let's playen kann. Weil man eigentlich... Muss man die ganze Zeit still sein und hören. Und da kann man nicht in der Zeit reden. Das macht das Ganze... Oh. Hört ihr das? Die Schritte? Ja. Ja, da muss man halt immer sehr gut aufpassen, wo man lang geht. Und wir laufen einfach mal weiter. Und... Ich höre schon wieder die Musik. Ah ja, die kommt von... Genau, von hier. Und ja, ich denke, ihr habt das eigentlich recht gut verstanden. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Spiel mal downloaden würdet und mir ein Feedback dazu geben würdet. Das ist jetzt schon die Version 0.2, weil es in der ersten noch ein paar Fehler gab. Da hatte ich das auch nur im 3D-Game-Studio-Forum vorgestellt. Und ja, jetzt habe ich aber ein paar Fehler davon behoben. Hoffe, dass es keine direkten mehr gibt. Wenn ihr welche findet, auf jeden Fall ab damit in die Kommentare. Das ist immer wichtig. So. Und ja, vielleicht findet ihr ja sogar heraus, was es... Oh. Habt ihr gehört? Das Ding ist ganz in der Nähe. Vielleicht findet ihr sogar heraus, was es mit diesen mysteriösen Gartenzwergen auf sich hat, beziehungsweise mit diesem Gartenzwerg, der da eben stand. Würde mich mal interessieren, ob ihr davon einen schon mal gesehen habt, wenn ihr das Spiel mal gespielt habt. Ja, ich laufe jetzt hier mal noch ein ganz klein bisschen rum. Ansonsten glaube ich nicht, dass wir es jetzt schaffen werden, alle Teddys zu finden. Wurde schon mal geschafft, also es ist tatsächlich nicht unmöglich. Ganz im Gegenteil, das ist sogar leichter als Slender. Aber das Ganze muss man eigentlich eben in einem... Also in Ruhe machen. Und nicht, wie ich es gerade... Oh, scheiße. Nein! Tja. Schade. Was jetzt gerade ein bisschen schade war, ist, dass wir direkt neben einem Baum standen. Das könnte man durchaus noch als eine Art Schönheitsfehler sehen. Wir standen gerade direkt an einem Baum. Normalerweise ist es so, dass die Kamera dann das Monster fixiert. Jetzt gerade war genau ein Baum zwischen uns. Das ist ein bisschen blöd. Macht es jetzt aber ein bisschen spannender, weil ihr jetzt nicht genau wisst, wie die Dinge aussehen. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Probiert es einfach mal aus. Und wir hören voneinander. Bis dann, Leute. Ciao.